Liebe Zuschauer, nach wie vor ist die derzeitige Energiekrise und das Hochschnellen der Preise auf allen Ebenen in aller Munde. In der heutigen Sendung beleuchten wir jedoch nicht die Hintergründe, sondern Auswirkungen der sogenannten Krise auf den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern. Hierzu greifen wir ein skandalöses Beispiel auf. Die angebliche Energieknappheit mit den stark angehobenen Preisen stürzt derzeit sehr viele Menschen in eine finanzielle Notlage. Andere wiederum reiben sich die Hände, weil sie davon profitieren. Ein signifikantes Beispiel schilderte der Fernsehsender Arte in seiner Doku mit dem Titel Unter anderem handelt der Bericht von einer 91-jährigen Hamburgerin. Die Seniorin ist bisher finanziell gut zurechtgekommen. Nun aber sind ihre Kosten für Fernwärme auf monatlich 834 Euro und somit um das Vierfache angestiegen. Das bedeutete auch eine kräftige Nachzahlung und brachte die rüstige Rentnerin einige Nächte um den Schlaf. Um für die Kosten aufzukommen, verkaufte sie zunächst ihr Auto und früher oder später wird sie auf ihre Ersparnisse zurückgreifen müssen. Das Skandalöse an dieser krassen Preissteigerung ist, dass das Heizkraftwerk, von dem die Wohnung der Seniorin per Fernwärme gespeist wird, mit Holzabfall betrieben wird. Holzabfall ist im Zuge der Preissteigerung aber nur geringfügig teurer geworden. Da Fernwärme vorgeblich an den Gaspreis gekoppelt ist, wurde hier ein klassischer Fall von Krisenprofit konstruiert. Leider kein Einzelfall, sondern in beinahe allen Bereichen der Wirtschaft heute traurige Realität. Wo immer sich Monopole und Kartelle gebildet und die Verbraucher keine andere Wahl haben, wird ohne Gnade abgeschöpft. Ein höhnisches Statement von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Talkshow zur Notlage seiner Bürger lautete, da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Diese Aussage durfte verraten, wie sehr sich Olaf Scholz mit den Nöten seiner Bürger identifizieren kann und wird. Seit geraumer Zeit wird von namhaften Aufklärern ein Verbot gefordert, aus Krisenprofite zu erzielen. Die Forderung nach einem Krisenprofitverbot ist kein frommer Wunsch von einigen Gutbürgern, sondern vielmehr eine existenzielle Forderung im Interesse aller.